Hallo zusammen, in zwei kleinen Videos hatte ich euch ja das Prozedere Datenspeichern, Datensichern versucht zu erklären. Es gibt noch den einen oder anderen, der doch Not hat, wenn er etwas lädt, dass er sich sein eigenes Songbook überspielt oder seine gesamten Daten überspielt. Da gibt es eine weitere Möglichkeit und zwar den Direktzugriff auf einen Stick. Das heißt, man kann auf die Daten des Sticks zugreifen, ohne dass man die komplett in das Keyboard lädt. Das geht folgendermaßen. Der Stick ist erkannt. Im Moment habe ich ein relativ kleines Songbook nur mit fünf Einträgen und ich möchte jetzt gerne auf meine 100 Hits in C-Dur zugreifen. Diese Datei ist auf dem Stick. Das kann man zum Beispiel sehen, wenn man den USB-Stick anwählt. Da gibt es die 100 Hits. Die möchte ich aber jetzt nicht dauerhaft einladen. Das machen wir nicht über die Mediataste, sondern der Direktzugriff funktioniert über diese Global-Taste. Nun wähle ich mit der Menü-Taste die Funktion Mode-Präferenz und hier unten sehen wir Browser-Direkt-Folder, also direkter Zugriff. Ich wähle jetzt den USB-Stick an und hier die 100 Hits in C-Dur. Die sind jetzt gelb markiert und jetzt drücke ich Select. Wohlgemerkt, die Daten werden nicht komplett in die Speicher des Keyboards eingeladen. Man kann erkennen, der Zugriff auf dieses Set ist jetzt erfolgt und ich mache einmal mein Songbook auf und da stelle ich fest, da sind jede Menge Einträge von mir und wenn man genau hinsieht, dann sieht man, dass hier diese Datei leicht grün umrandet ist. Das heißt, das sind die Dateien, die jetzt auf dem Stick sind. Das funktioniert natürlich nur, solange der Stick da drin ist. Meine Weihnachtslieder, die ich vorher drauf hatte, die finde ich immer noch hier hinten und die, die hier im Keyboard sind, sind ohne diesen grünen Rand. Das Tolle daran ist, man kann jetzt auch Songbook-Einträge auf dem Stick verändern. Beispiel, ich schreibe jetzt eine Testdatei, einen Songbook-Eintrag. Schreiben, neuer Song und den möchte ich schreiben. Den nenne ich jetzt Test. Und hier habe ich die Möglichkeit, ich möchte wählen, nicht intern auf den Speicher zu schreiben, sondern auf den Direktzugriff. So, diese Datei, die nenne ich jetzt Test. Direktzugriff. Okay. Und jetzt kann man sehen, die Datei ist geschrieben. Test mit einer grünen Umrandung. Das heißt, die Datei ist nicht in den Speicher des Keyboards geschrieben, sondern direkt auf den Stick. Die Verbindung zu dem Stick kann ich wieder löschen. Ich gehe wieder in die Global-Einstellung. Browser. Und hier ist der noch, mein Stick ist der hier noch selektiert. Und ich wähle jetzt Deselect. Man sieht direkt, die Verbindung ist weg. Und wenn ich jetzt mein Songbook aufmache, sehe ich nur wieder meine Songbucheinträge. Denen ist nichts passiert, weil ich nur auf den Stick zugegriffen habe.